Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Läschersud Larry. Wir sind hier auf dieser netten Insel gestrandet, haben in der letzten Folge die Prophezeiung erfüllt. Die Alpakas haben sich vor uns verneigt und der nette Herr hier meint, wir sollen einen Kaktus essen. Ich will gar nicht groß rumlabern, wir fordern jetzt einfach das Ding. Oh, salzig. Ich fühle... Ah ja. Sehr farbig. Der Kaktus hat dir neue Fähigkeiten verliehen, ey Larry. Du kannst nun mit den wundervollsten Wesen auf Erden reden. Oh. Hey, willst du was? Klar will ich was. Dann spuk mir doch einfach ins Maul, du Tier. Oh ja, gib mir Tiernamen. Du Kamel. Wow, du musst es natürlich wieder übertreiben. Okay, okay, okay. Warum könnt ihr reden? Ich glaube, der Gringo kann uns verstehen, Kompadre. Ai Dios mio, was war in der Guacamole? Nicht flüstern. Dann ist es also wahr? Ja, der Gringo ist der Larry. Verstehe, verstehe ich nicht. Wir verstehen uns. Verstehe ich nicht. Erlaube es uns, dass wir uns vorstellen. Ja, mach mal. Wir sind... Alparca und... El Ingulado. Okay. Es ist unsere heilige Pflicht, dem Auserwählten den Weg zu weisen. Ein Geheimgang führt durch den Kamin in Los Leftos hinter die Mauer. Um ihn zu offnen, musst du einen uralten und verborgenen Mechanismus betätigen. Einen Hebel neben dem Kamin. Begib dich zur Villa und erfuhle dein Schicksal. Hast du das alles verstanden? Ins Feuer springen, in Rauch verwandeln, durch den Schornstein fliegen. Verstanden. So in etwa. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Danke. De nada. Easy. Da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Das ist wahr. Ähm. Sprechen der Alpakas? Ich hab das ja schon immer geahnt. Ja, natürlich haben wir das geahnt. Ein Geheimgang führt durch den Kaminen. Um ihn zu offnen, musst du einen... Einen Hebel ne... Begib dich zur Villa. Das kennen wir. Sagt er das gleiche? Ein Geheim... Und ein... Begib... Kann ich noch was mit dem Ding machen? Nein. Das essen kann ich auch nicht. Tomatenpflanze? Eine reicht mehr. Eine reicht. Was sagt El Rey? Der Kaktus hat ihr neue Fisch. Ich... Ja, das... Sehen wir. Lefti. Wie bist du hier? Was hältst du mit der Villa auf sich? Wie komme ich da rüber? Okay, das kennen wir alles. Bevor ich da irgendeinen Hebel betätige, würde ich mal hier noch schauen, ob es hier noch irgendwas Tolles gibt. Vielleicht kann ich jetzt die Zitronen ernten. Leergepflückt. Leergepflückt, na gut. Keine Zitronen. Damit kann ich auch nichts machen, oder? Autsch, heiß. Hm. Kann ich die... Nein, auch mit geschärften Sinnen kann ich diese Echse nicht einfangen. Dann. Müssen wir wohl durch den Kamin. Ist auch nichts weiter, oder? Kann ich jetzt vielleicht mal kosten? Da ist nichts mehr drin. Wie, da ist nichts mehr drin. Das klippert doch hier raus. So, und hier ist der geheime Mechanismus. Info meines Heders. Na, jetzt. Das muss der Mechanismus sein, von dem die Alpakas gesprochen haben. Mhm. Ein geheimer Durchgang. Erinnert so ein bisschen an die Waschmaschine in Lefty's Bar. Also in der alten Bar. Die ins Gefängnis geführt hat. Wir gehen mal da durch. Das muss BJs Villa sein. Die Alpakas haben gesagt, dass ich mein Schicksal erfüllen muss. Faith, ich komme. Faith, ich komme. Pi, was ist los? Du bist die ganze Zeit so still. Ja, sonst denken die Leute, ich hätte was mit dir zu tun. Sie schämt sich. Wir haben eine... Nackseig? Ach, rückwärts für Gießkanne. Was ist das denn für ein Ding? Die fahren auch verkehrt rum. Diese Gießkanne sieht nicht funktionsfähig aus. Ist auch kein Wasser drin. Okay. Das sieht eine Penisfliegenfalle. Oh nein, die würde mir wahrscheinlich den ganzen Arm abbeißen. Ich habe die Lektion gelernt, dass man die Finger nicht sofort in die Öffnung stecken sollte. Ach, jetzt wurde ich gefressen. Bitter, bitter, so empfindet es jedenfalls die Pflanze, als sie Larry probiert. Sie hofft, dass sie sich nicht vergiftet hat. Und überhaupt ist das moralisch, ein Fleischesser zu sein. Sie beschließt fortan, eine vegetarische Pflanze zu sein. Denn auch Larry, sie hat mein Recht auf Leben. Es ist schade, dass der Text so schnell weggeht. Gut, dann werden wir wieder zusammengepflückt und stehen wieder hier. Wir drücken da nicht noch einmal drauf. Eine gigantische, fleischfressende Pflanze sieht irgendwie hungrig aus, wie sie das Maul aufgerissen hat. Ja, aber jetzt ist es eine vegetarische Pflanze. Warum ist denn normale Fenster und ein angemaltes Fenster? Ist das Fenster aufgemalt? Ich bin sehr verwirrt. Durch dieses Fenster könnte ich in die Villa gelangen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwie dafür sorgen, dass sich diese Penisfliegenfalle schließt. Kann ich ein Buch reinnehmen? Das hilft mir nicht. Nein. Wir suchen mal hier weiter. Kann ich einfach durch die Tür? Verschlossen. Natürlich. Ich muss einen anderen Weg in die Villa finden. Die Eingangstür zur Villa. Hier durch das Fenster kann ich auch nicht. Hier ist auch nichts weiter. Also wir sehen, hier geht es auch noch hinter die Villa. Ein überdimensionierter Radiogummi. Die nehmen wir mit. Was für ein riesiges Teil. Ein Seil. Ein Rettungsboot. Ja, das stimmt. This way. Genau. Und hier ist eine gigantische Aubergine. Die nehme ich mit. Die kann ich garantiert in dieser... fest an der Pflanze. Ich bekomme sie nicht ab. Ich bin mir ziemlich sicher. Das Ding muss ich in... die Penisfliegenfalle reinstopfen. Kann ich... Ach. Geht einmal weg. Kann ich... die damit abmachen? Das würde nur zu splittern führen. Ich weiß, es muss einen Grund haben, warum ich... das Stückchen Holz noch dabei habe. sehr buschig. Das hilft mir nicht. Die Aubergine ist untenrum etwas buschig. Ach Gott. Ja, ist sie... Eine gigantische Aubergine für gigantischen Hunger. Jetzt haben wir noch ein Kaktus, aber da kann ich nichts machen. Das muss auch irgendwas mit dieser Gießkanne auf sich haben. Irgendwie ist verdreht. Mal sehen, was passiert. Wow. Das Ding hat der Pflanze das komplette Wasser entzogen. Jetzt ist sie ganz schön schlapp geworden. Jetzt kann ich die garantiert ernten. Ja. Die ist leichter, als ich erwartet hätte. Mhm. Ja, mit einer umgedrehten Gießkanne verdurrt man Glanzen. Das ist absolut logisch. So, jetzt stopfe ich das Ding hier rein. Weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Langsam. Nicht zu nah. Ganz langsam. Ja, das sollte passen. Und flop. Genau. Scheint ihr geschmeckt zu haben. Jetzt kann ich draufklettern, aber dieses Fenster ist zu. Ja, das ist nicht nur zu, das ist... Jetzt habe ich es. Ich muss einfach nur... Dann habe ich da gar kein Fenster mehr, oder? Das war alles sehr merkwürdig, aber das Fenster ist jetzt offen. Sieht sicher aus. Was? Wie bin ich denn jetzt? Auch egal. Dann mal los. Faith, ich komme. Wow. Okay. Na und? Und die andere frisch gestrichen. Was soll ich jetzt machen? Faith, ich will mich entschuldigen. Oh, Faith. Dann hat sie ab. Warum kann ich nicht einfach hier runtergehen? Die wurden gerade gewischt. Da komme ich niemals runter. Gut, auf der anderen Seite... Was soll ich da unten? Die Faith ist hier. Die ging hier rein. Da ist sie. Schneller da, ja. Baby, warte. Ach. Warum hört sie mich nicht? Das frage ich mich auch. Kann ich hier was eins sagen, bevor ich da reingehe? Ich habe hier nur diese Türen. Ein Gemälde. Dann hinterher. Das komisch ist, dass er jedes Mal aus einer anderen Tür rauskommt als die Faith, wo wir die gleiche Tür nehmen. Ich will hier runter. Gut, dann rein da. Komm zu mir. Ich rette dich. Hey Süße, jetzt warte doch mal. Ich muss in den Geheimraum. In den Geheimraum. Aha. Okay. Wir müssen da rein. Sie ist nicht wieder hochgegangen. Sie muss irgendwo hier unten sein. Der Steckse ist hier reingegangen. Schade. Ich hatte eigentlich auf erotische Darstellungen von Faith spekuliert. Hört sich an, als wäre etwas dahinter. Genau. Irgendeinen Mechanismus gibt es hier. Was hat denn sie gedrückt? Ah, der Lampe? Nein. Hier war da eben was. Oder? Nein. Besser nicht. Ich kann es nicht einfach aufwürzen. Besser nicht. Gießen kann ich auch nicht. Das ergibt nicht so viel Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich kann das hier immer noch nicht bedienen. Wo hat denn gute Dame draufgedrückt? Oh. Mir passiert auch was. Achso. Ne, das war... Ich habe immer nur das Gemälde fokussiert. Was? Laute Türen. Ich gehe mal hier rein. Sieht aus wie eine Besenkammer voller Zauberhoben. Gehören wohl jemandem Namen Simon. Okay. Da drin reden zwei Tentakel miteinander. Was? Das finde ich eklig. Gut, dann gehe ich mal hier rein. Das müssen diese Portale sein, von der meine Kollegin erzählt hat. Was hat sie? Genau, ich wollte hier hoch. Ich wollte hier mal schauen, ob ich hier irgendwas bedienen kann. Ich meine, hier ist er auch... Nein. Mir fällt jetzt erst dieser Kronleuchter hier auf. Der ist aber auch hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ah. Hier ist aber auch nichts. Da ist gar nichts. Wo die... Da komme ich doch gerade her. Ich muss zur Faith. Das ist richtig. So. Also anscheinend mit diesen Figürchen da kann ich nichts machen. Das war knapp. Was war knapp? Hier kann ich nicht interagieren. Das ist eine Büste von BJ. Okay. Vielleicht hier der Fußboden. Nein. Ja, meine Güte. Wie komme ich denn hier rein? Hört sich an, als wäre etwas dahinter. Ja, ziehst du einfach weg? Schade. Ich hatte eigentlich auf erotische Darstellungen von Faith spekuliert. Das sieht nach einer Abkürzung in Welt 4-1 aus. Da muss ich erst später hin. Okay, Super Mario. Ich bin wieder dort. Huch. Ups. Entschuldigung. Boah. Der Raum ist innen grösser als außen. Der Raum ist innen grösser als außen? Das sieht nach dem Labor von Professor Asimuth aus. Wer ist denn Asimuth? Asimuth. Was ist denn hier los? Okay, offensichtlich bringt mir das mit diesen Türen gar nichts. Das sieht nach dem Labor von Professor Asimuth aus. Jetzt wiederholt es sich auch. Boah. Der Raum ist innen grösser als außen. Ich kann nicht mit dem Ding hier interagieren, oder? Nein. Ich habe mich ja schon gewundert, wofür ich diesen Splitter noch brauche. Das wird ja einen Grund haben. Ups. Entschuldigung. Gut, jetzt sind wir wieder hier unten. Kann ich den nicht hier für irgendetwas benutzen? Nee. Ich kann auch von hier nicht da oben irgendwas machen. Nein. Das würde nur zu Splittern führen. Ei, ei, ei. Jetzt wird das Spiel nochmal richtig knackig. Ein Holzsplitter. Das Kochbuch und die Gießkanne. Die beiden habe ich, weil ich die erst benutzt habe. Auf dieser Insel. Aber den Holzsplitter habe ich noch nicht benutzt. Ich meine, die Gummipuppe habe ich auch nicht mehr dabei. Das muss irgendeinen Grund haben. Denke ich. Hier sind auch keine geheimen Schalter. Vielleicht hier drüben. Nein. Nur diese Türen. Also ich bin ja auch der Meinung, die Pfiff hat eine Fernbedienung. Die habe ich jetzt natürlich nicht. Ich kann das Ding hier nicht. Nein. Wir gehen nochmal nach oben. Da drin reden zwei Tentakel mit an... Wir sind nicht oben. Gehen nochmal rein. Mach. Ich möchte nach oben. Das müssen diese Portale... Das müssen diese Portale... Ja, ja. Jetzt. Vor die Villa will er nicht. Das ist ja auch BJ. Fällt mir jetzt das da auf? Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Naja, okay. Türen bringt mir nichts. Bringt mir auch nichts. Mit dem... Es lässt mich nicht mit dem Kronleuchter interagieren. Tür. Auch nichts. Noch eine Tür. Und das hier ist auch BJ. Das wäre verkehrt. Das ist gut so, wie es ist. Hier komme ich wieder nicht runter. Das ist gut so, wie es ist. Boah. Ich mache mal folgendes. Ich speichere einmal. Okay. Und ich werde... Mal außerhalb des Videos etwas probieren. Und sobald ich die Lösung habe... Lade ich den Spielstand und... Und werde genau dort dann ansetzen. Dann stehe ich gerade richtig auf dem Schlauch. Das Einzige, was ich jetzt noch mache... Ich gehe mal durch jede Türe einzeln. Und zwar von links nach rechts. Ja, ja. So. Ganz links habe ich hier schon. Gut. Dann auch hier rein. So. Die hatten wir noch nicht. Das sieht nach einer Abkürzung... Ups. Entschuldigung. Gut. Wir sind jetzt oben in jede Tür schon reingegangen. Boah. Der... Und... Es fehlt nur noch ganz unten links, die Tür. Hatte ich vorhin gesagt, von links nach rechts. Andersrum natürlich von rechts nach links. So. Die letzte Tür, in der wir noch nicht drin waren. Da passiert auch nichts. Ich will mal noch schauen, ob ich mit dem Riss da unten links neben der Büste interagieren kann. Aber wahrscheinlich nicht. Nein. Gut. Dann, wie angekündigt. Wir beenden hier die Folge. In der nächsten Folge erkläre ich euch, wie dieses Level weiter funktioniert. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir hier aus diesem Raum wieder rauskommen, beziehungsweise wie wir hinter dieses komische Gemälde kommen, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.